So, willkommen zurück und dann wollen wir hier mal weitermachen, dass ihr hier nix verpasst. Tutorial, die Karte von London. Drücken Sie, mhm, mhm, okay, schließen Sie Erwurzungsaktivierung. Okay, töten Sie den Templar Gang. Anführer ohne Bezirks zu erobern. Alles klar. Okay, das kann man hier wieder wählen bis zum Abwinken. Sequenz 3, Ab Berlin, nehmen wir an. Sequenz 3, die Suche nach dem Straßenkind. Ja, wir machen mal Sequenz 3, Ab Berlin, nehmen wir an. Und wie lautet der Plan, o allmächtige Hoheit? Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Gangs, die Kämpfern, sogar die Klamotten, die ihr trakt. Wenn du darauf bestehst. Nein, ich möchte keinen Charakter wechseln. So, wo ist der da oben? Sehr schön. Ab Berlin, nehmen wir an. Okay, dann machen wir das mal. Die Zwillinge suchen in einer Nebenkasse in Whitechapel nach Zarschenfrelk, ab Berlin. Ah, was dann wollen wir mal hier. Ich sehe Mr. Abberlein nicht. Naja, wir haben's versucht. Psst. Ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Mein Gott! Wollen Sie mich auflegen lassen? Was? Sergeant Abberlein, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Freizwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hätte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich geb Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie, bringen Sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Haha. Oh. Sehr witzig. Ein hochgelegenen Ort erreichen. Machen wir. Kopfgeldjagd. Mann, hier ist ja mal wieder allerhand. Tutorial gefangen nehmen. Oh, Mann. So. Nein. Nein, du sollst hoch. Genau. Ja, ja, komm. Komm, rät der Schabb, alter. Haben alle diese. Ey. Oh, na olle, ey Da ja, ne Ja, dann mach das doch Ah, stirb doch mal Wird's doch ja auch nicht hier, schlag doch mal richtig zu hier Oh, alter Schwede hier, ey Mal schön plündern hier Oh, dann wollen wir den ja mal auffüllen Kriegen wir den Bastard überhaupt hoch hier, alter Mann, 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 ey Stark, stark, stark So, renn mit dir So Hau mal, der hätte ihn abliefern Oh, sehr schön Oh, ist das eine Riesenkutsche, ey Aber das sind die Lärmsteben hier Ich hab keine Rufe, ey, scheiße Oh Oh, wir sind schon Wir sind schon da Und wie soll ich das jetzt wieder im Revier erklären? Kopfgeldjagd abgeschlossen Kopfgeldjagd abgeschlossen Ja, das war's schon Sehen wir uns jedenfalls in der nächsten Runde wieder Haut da rein Bis dann